Und dann ging es hier weiter. Da haben wir noch was. Ah! Siehste mal, hier. So, bis jetzt scheint OBS keine Probleme wieder zu haben. Na gut, es ist gerade mal eine halbe Stunde vergangen. Es hat vorhin erst bei einer halben Stunde eingesetzt. Und ich höre es schon wieder. Oh, hier ist noch einer. So, da könnte man jetzt theoretisch... ...das aktivieren. Ah, alles klar. Jetzt ist nix, bitte. Geht einmal da lang. Ich vergiss das jedes Mal, dass ich hier nicht drücken brauche, ne? Hä? Was ist denn da? Ah! Das Teil kann ich schubsen. Das ist ja cool. Das heißt, ich muss jetzt ja das Ding... ...halbwegs irgendwie in die Richtung schubsen, wo ich es hinhaben möchte. Äh... Aber wie mache ich denn das? Das ist ja alles zu doll, was ich mache. Ah, alles klar. Ich habe es verstanden. Warte mal. Da muss ich erst mal in die andere Richtung. So. Jetzt kann ich das. Was? Nö, immer noch nicht? Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass ich das so machen muss. Muss ich das jetzt schon aktivieren? Ah, hier geht es irgendwo runter, wa? Tatsächlich. Ah, hier haben wir noch so ein Schleichchen. Das ist ja cool. So, hier geht es hoch da. Ähm, mhm, mhm, mhm. Wie mache ich es denn jetzt am besten? Ich muss dort hinten auf jeden Fall hin. Aha, das tust du wieder deaktivieren. Tududum. Ich muss nochmal aktivieren. Irgendwas muss doch hier sein. Das uns dabei hilft, das umzukehren. So geht es schon mal nicht. Was ist, wenn ich es jetzt hier hinten aktiviere? Oh, muss ich weiter. Ich hätte echt damit gerechnet, dass ich das so machen muss. Gucken wir mal hier ab, die Gänne. Ob hier irgendwas ist, besonderes... Mh, nein. Auch nicht. Ah, jetzt bin ich echt überfragt gerade. Was ich genau machen muss. Weil das reicht wirklich nicht aus. Du musst das Teil bis hierher schieben. Ich geh' noch mal hier hoch. Hier gibt es ja gleich nochmal was. Was ich zufällig nicht gesehen habe. Gehen wir mal dorthin. Uh, war das genau. So. Ich weiß nicht, ob ich dafür das unbedingt wechseln muss. Aber man weiß ja nie. So. Dass ich hier irgendwie was runterschmeißen muss, ist auch nicht der... Doch, hier. Schön. Und dann kann ich das nämlich jetzt da... in die Richtung. Das dahin und wieder zurück. Also nicht hierher zurück, sondern dorthin. Oh. Jetzt passt das nämlich auch. Ja. Jetzt komme ich nämlich auch wunderbar da durch. Na komm. So, wie sieht denn das aus? Ah, okay. Das ist... einfach so. Fall on Desert. Ah, hier. Wir haben ja jetzt die Dreie befreit. Das heißt, zurück zum Anfang, um uns ein Herz zu sichern. Gucken, ob es rauscht. Bis jetzt habe ich nichts gehört. Aber okay. So, dann... fehlt uns jetzt noch eine Etappe. Was müssen wir hier machen? Tun wir mal aktivieren. Nichts weiter, okay. Ach, das Ding müssen wir auch wieder hierher rücken. Ich sehe schon, wie wir was machen müssen. Halbwegs. Glaube ich zumindest. Erstmal diese ganzen Vasen kaputt machen für diese Splitter. Halt. So. Muss das nämlich dorthin. Das da hin. Einmal rüber. Und dann haben wir es auch schon wieder. Das war jetzt nicht ganz so schwer zu verstehen, wie es das andere war. So. Kann ich hier? Ne, kann ich nicht runter. Okay. Hätte sein können, dass es wie beim anderen ist, dass das nicht mit Wasser gefüllt war. Aber... Halt nicht. Weil man merkt gerade, dass es wirklich weniger geworden ist mit der Zerrung. Dadurch, dass ich das Sprachgedöns ausgestellt habe. Das war ein bisschen schade, finde ich. Aber naja. Wenn OBS dann nun mal nicht mitspielen will, was soll ich machen? Sieht aus wie ein Gesicht hier wieder. Ah. Kann ich das auch in die Richtung? Ja. Auch da hingehen. Bringt das aber irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich könnte auch mal schauen. Hier unten geht es doch auch noch irgendwo lang. Weil theoretisch wäre ja das alles, glaube ich... Genau, das wäre alles Sand. Sag ich doch. Ich kann ja keine Rolle vollziehen. Ah, hier. Dich wollten wir. Geh bloß weg. Du schubst mich sonst wieder. So. Ähm, kurz mal wechseln. So. Oh, hier haben wir noch mehr. Hab ich gar nicht gesehen. So. Hier drüben ist nichts weiter. Ob es was bringen, wenn ich das Ding jetzt mal ausmache? Eher nicht, ne? Ne. Eher sinnlos in der Gegend rum. Nö, dann boxen wir es halt wieder in die Richtung. Ist mal drin, ja. Seht aber, man hat doch kein Gesicht. Das sieht bloß einfach... ...mal stark danach aus, dass es sowas ist. Wir tuten bitte so eine Säule hinpflanzen und da oben drauf eine Fackel. Wenn es da unten bloß Totunfalldamen gibt. Ist mir zu hoch. Aber okay. So. Das hatten wir. Hier ist auch nichts weiter. Das können wir noch kaputt machen. Das und noch das. Das können wir wieder aktivieren. Das heißt, für uns einmal kurz umschauen. Ob hier etwas ist. Nein, wir können nur eins runter. Okay. So war es das schon. Ja. Ich finde das schön, dass sich das immer gleich so schnell auflädt. Zack. Besser geht es nicht, finde ich. Ah, die Fähigkeit erinnert mich wirklich stark an Jack und Dexter. Teil 3. Wo er seine helle Seite bekommt. Der gute Jack. Ich kann es mal versuchen. Ja gut, ganz klar. Und da haben wir unser dritten Punkt. Das heißt, wir müssten theoretisch die Schale... Äh, nicht die Schale. Den zweiten Ball bekommen. Oder auch nicht. Das sieht nach einem Bosskampf aus. Die erste war wahrscheinlich bloß wirklich... Spielerei. Weil einfach so, so eine kleine Palme da vorne... Glaube ich kaum, dass es die da gibt. Hallo? Ich bin da hoch. Was ist das denn? Kann ich hier drauf rauf? Oder? Ja, kann ich. Hm. Ich weiß ja nicht, wie das funktionieren soll, aber okay. Aha. Der Wasserpegel steigt an. Ah, der Baum wird größer. Das ist ja cool. Das wird's... Also ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass das irgendwie... ... ein Bosskampf hier wird. Aber... Wenn das bloß aus so einem kleinen Rätseln besteht, ist das auch eigentlich mal recht nice. Oh, knapp. Jetzt wird's wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Okay, das geht nicht so einfach. Ah. Von rein schon aktivieren. Okay. Wie wird das jetzt gehandhabt? Jetzt mal überlegen. Ich zweifle, dass das so richtig ist. Ah, nee. Ich hab's... Oh, no momento. Das da hin. Genau, so. Und jetzt muss ich die Kugel nochmal einmal ringsherum stoßen. Okay.